Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Florence Keto World. Heute gibt es wieder Brot. Wer mich jetzt schon länger kennt, der weiß, dass ich Brot über alles liebe. Und ohne Brot wäre für mich das Leben und auch das Keto-Leben ganz sicher nur halb so schön. Denn ich liebe wirklich wahnsinnig, ich esse wahnsinnig gerne Brot. In jeder Art und Weise. Weißbrot, Schwarzbrot, Körnerbrot, was auch immer. Und heute machen wir ein Körnerbrot, komplett ohne Mehl. Und mit ganz wenig Kohlenhydraten, also sehr gut Keto geeignet, Low Carb geeignet. Für alle, die sagen, sie wollen weniger Getreide essen. Die ideale Alternative. Und ich mache das auch zum allerersten Mal. Ich habe schon einige Brotrezepte ausprobiert. Ich habe auch ein, zwei hier schon auf meinem YouTube-Kanal. Schaut da auch gerne vorbei. Bisher haben sich alle bewährt. Also die Brote sind wirklich sehr, sehr lecker. Kann man wunderbar essen. Ja, ich stehe total drauf. Und deswegen heute probiere ich mal so ein Körnerbrot aus. Und ja, mal sehen, was es wird. Wenn es was wird und euch das Rezept gefällt, dann schickt mir doch ein Herz oder einen Daumen hoch. Und abonniert auch diesen Kanal, damit ihr immer up-to-date seid. Wenn es ein neues Rezept von mir gibt. Ich versuche immer regelmäßig was hochzuladen. Mal süß, mal salzig. Alles, was das Herz begehrt. Und was vor allem das Keto-Herz höher schlagen lässt. Und genau. Ich habe auch, wie gesagt, mehrere E-Books geschrieben. Vier an der Zahl mittlerweile. Also schaut auch gerne da mal rein. Da findet ihr auch nochmal ganz andere Rezepte, als ihr hier drin habt. Da gibt es auch www.ketocoach.de. Da habe ich euch hier unten in die Beschreibung eingeblendet. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da gibt es auch ein paar Rezepte und auch meine E-Books und noch allerlei anderes zu entdecken. Also da lohnt sich auch mal wieder ein Besuch, weil da immer wieder Neues auch hochgeladen wird. An Fachartikeln und an allen möglichen Produkten, die wir da anbieten. Genau. Aber bevor ich jetzt weiter drumherum rede, so wie immer, fangen wir mal an mit den Zutaten. Wir brauchen einmal vier Eier, Leinsamen, Mehl, Flohsamenschalen, ein bisschen gemahlene Nüsse. Da könnt ihr auch Walnüsse nehmen. Ich habe jetzt Haselnüsse genommen. Und Kürbiskerne. Ihr könnt da auch einen Kern im Mix nehmen. Und dann brauchen wir noch Wasser. Zu den Kürbiskernen packe ich jetzt hier noch die Flohsamenschalen. Das sind 40 Gramm. Die sollten gemahlen sein. Das ist dann das, was es auch am Ende letztendlich so schön aufquellen lässt. Das ist auch ein super Bindemittel. Und dann habe ich hier 100 Gramm Leinsamnähe. Das ist auch super, ganz tolle Inhaltsstoffe. Wahnsinnig gut für die ketogene Ernährung. So. Perfekt. Dann mache ich noch 50 Gramm. Dann mache ich jetzt hier noch 60 Gramm gemahlene Nüsse dazu. Da könnt ihr auch Walnüsse nehmen oder ihr nehmt Mandeln. Was auch immer ihr mögt. Genau. Ihr hört schon, das Wasser ist schon am kochen. Und da kommt dann jetzt nämlich 300 Milliliter Wasser rein. Heißes Wasser. Ganz wichtig. Das Ganze muss nämlich dann gut quellen. Dann die vier Eier. Das ist auch ein super Bindemittel eben. Und das Ganze dann gut verrühren. Zunächst einmal mit dem, genau, alles vorsichtig verrühren. Da kommt dann noch ein bisschen Salz rein. Ihr könnt auch noch einen Schuss Olivenöl reinmachen. Wer das möchte, muss aber nicht sein. Wie gesagt, ihr könnt da auch alle möglichen anderen Kerne nehmen, wenn es euch beliebt. Ganz schön viel. So. Alles gut miteinander vermengen. Man sieht schon, dass sich das alles ganz gut bindet. Also die Flohsamenschalen, die quellen dann jetzt auch richtig. Deswegen muss das Ganze dann auch, wenn es gut verrührt ist, auch 20 Minuten ziehen. Also ich mache jetzt noch mal ein bisschen Salz rein. Für den Geschmack, weil ich finde, in so einem Brot gehört auf jeden Fall Salz. Sehr, sehr gut. Perfekt. So, und das Ganze lassen wir jetzt 20 Minuten quellen. So, nach 20 Minuten gebe ich das alles dann in eine mit Backpapier ausgelegte Kastenform. Und dann backen wir das Ganze im Ofen ungefähr 50 Minuten bei 180 Grad. Ja, und nach einer Weile ist das Brot dann auch fertig. Schaut so aus. Es ist jetzt etwas länglich geworden durch die Kastenform, weil die so lang war. Aber es riecht wahnsinnig gut und hat von der Konsistenz. Es ist außen sehr schön kross. Es hat, glaube ich, eine schöne Kruste und innen noch soft. Ich lasse es jetzt auskühlen, auch wenn ich es am liebsten noch lauwarm verzehren wollen würde. Also wie gesagt, wieder ein ganz, ganz einfaches, schnelles Brotrezept mit wenigen Zutaten. Könnt ihr ganz einfach nachmachen. Und für alle Brotliebhaber neben mir, weil ich ja auch so gerne Brot esse, wenn ihr auch so gerne Brot mögt, dann ist das sicherlich ein Versuch wert. Und dann auch bei der ketogenen Ernährung, bei der low carb Ernährung, muss man auf Brot nicht verzichten. Und man kann es auch komplett glutenfrei und ohne Mehl und ohne Getreide zubereiten. Also funktioniert einwandfrei. Von daher fühlt euch frei, es nachzumachen. Wenn euch das Rezept schmeckt, dann lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich freue mich immer über Feedback, wie euch meine Rezepte schmecken. Vielleicht auch, was ihr euch wünscht für Rezepte, was ich mal ketogen machen soll oder mal low carb umwandeln soll. Sagt mir gerne Bescheid und dann mache ich das auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Setze ich das um. Jetzt wünsche ich euch noch eine ganz, ganz tolle Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal.